hallo freunde der diabetesförderung ich habe heute zwei überraschungseier für euch von paw patrol es handelt sich dabei um eine fremd firma und zwar um mondesir genau mondesir da habe ich schon mal ein video hochgeladen mit überraschungseiern und da habe ich auch erwähnt dass ich zusätzlich noch die paw patrol habe und hier sind sie hier sehen wir glaube ich everest heißt dieses fündchen und es ist ich bin mir jetzt nicht 100 prozent sicher ich habe die sendung noch nie gesehen aus dem alter bin ich hier draußen aber was man halt immer so hört müssten das die namen sein ich bin gespannt was da drinnen ist gefunden habe ich sie bei der firma fleischmann fleischmann ist so ein restposten geschäft ist halt über produktionen verkauft oder im restposten und gekostet haben sie 79 cent das stück und ich persönlich glaube aber dass wir darin keine figuren haben sondern irgendwas sagt mir radiergummis ich habe schon öfter solche eier aufgemacht und da waren sehr häufig radiergummis drinnen unter anderem habe ich auch schon eben die wavis geöffnet da war allerdings ja schmuck drinnen oder accessoires besser gesagt my little pony da war ein radiergummis drinnen das weiß ich noch und ansonsten weiß ich nicht ob ich noch andere eier hochgeladen habe schreck hat nicht mal da waren figuren drinnen das weiß ich noch wie dem auch sei ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mal an mit everest also ich glaube sie heißt so es gab nie auch noch in anderen verpackungen aber die verpackung an sich ist ja relativ wurscht weil ich sagte nicht darüber aus was drinnen ist die schokolade wie auch bei den barbie eiern zweigeteilt mit sternchen ein prägungen haben sich sehr schön teilen lassen hier sind die kapseln blau und die schon halb offen und hier haben wir was ist das wir haben hier sehr viel gestänge aber es sieht nach etwas von paw patrol aus dass ich mal eben kurz zusammenbauen muss so ich bin jetzt eine geschlagene halbe stunde an diesem direkt dran gesessen ich bin wirklich gerade stinke sauer dieses ganze gestell kam in einzelteilen beziehungsweise ich war froh wenn es in einzelteilen gekommen wäre die waren nämlich alle noch verbunden mit diesen typischen kleinen plastikknobelchen die habt ihr alle mal hier drinnen das heißt ich muss das alles einzeln abreißen und sie klein plastikknobelchen abriemeln und sie dann hier zu entfernen so dadurch wurden auch einige stangen verbogen sondern ich glaube ich ist das ding auch nicht und der overhammer ist ja hier diese kleine scheibe hat einen kleinen stick der stick ist aber so nähermaßen schlampig gekrossen können ja können wir nicht erkennen dass hier links und rechts immer noch überrechte sind und das ganze nicht in das loch hier rein passt da ist ein kleines loch drinnen also ganz ehrlich wenn es im zweiten auch noch mal so ein ding drinnen ist dann wandert es gleich in die tonne sorry aber es war eine katastrophe was man sagen muss ich könnte mir wenigstens vorstellen dass man hier diese schaukel noch für ein lego häuschen oder was gebrauchen könnte oder für kleine puppen dahingehend wiederum ist es gut was aber auch ziemlich was aber auch ziemlich hier in der bauanleitung sind nämlich die farben vertauscht und die ganze stäbchen sehen sich nämlich verdammt ähnlich und das ist nicht leicht an sich ja gut man muss sie lassen sie schwingt gut die bräuchten bloß eine bessere befestigung aber ok jetzt wie gesagt für ein puppenhaus oder so weiter ist es ok dann nehmen wir das zweite ei das schaut von der schokolade her ein wenig mhm man möge mir verzeihen abgefuckt aus und das ist jetzt leider auch nicht so schön aufgegangen wie andere interessanterweise hier eine rote kapsel ich hoffe mal gutes ich hoffe echt dass da irgendwas anders drinnen ist als bitte 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 ja es ist auf jeden fall was anderes was ist so hell was ist so hell Cory Vintanas oh Gott kann immer wieder nicht lesen ist auf italienisch colocar en cristal o ventana pressionar suavemente y al soltar se desplazara la figura por el cristal lavar la rueda después del uso continuado keine ahnung cristal vermutlich mal sehr stark wird glas heißen mehr kann ich da jetzt auch nicht rauslesen das ding ist so ekelhaft es ist hier sehen sie das rad es ist so mit gel also so als würde es irgendwie da poppen schau mal poppt das hier irgendwo ok das soll wohl langsam hier runter fahren ok was ich sagen muss das gelrad ist interessant zum spielen vielleicht wenn ich mir das ding hier tatsächlich aufheben das Ding ist es definitiv nicht wert und hier wie gesagt katastrophe halbe stunde zum zusammenbauen gebraucht das Ding ist definitiv nicht wert und hier wie gesagt katastrophe halbe stunde zum zusammenbauen gebraucht ich brauche jetzt erstmal meine schokolade zum verdauen naja wie gesagt so ein kleines puppenhäuschen sicher total süß würde jetzt auch mal nicht im müll landen mal schauen vielleicht kann ich irgendwas damit noch anfangen also dann danke für euer zusehen und wenn ihr wollt lasst mir einen daumen da nach oben oder wenn es euch nicht gefallen hat auch nach unten ich bin für kritik immer offen und ich würde mich über ein abo freuen und wenn ihr vielleicht nächstes mal wieder mit dabei seid also macht es gut bei bei